Wie gut ist dein Unternehmen gegen Cyberangriffe geschützt? Ist dein Unternehmen schon cyberresilient? Hast du dich auch schon mal gefragt, ob die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen im Falle eines Cyberangriffes ausreichend sind oder es einen Notfallplan gibt? Das Telekom Security Assessment hilft dir, in wenigen Stunden herauszufinden, wie gut dein Unternehmen gegen Cyberangriffe geschützt ist. Schütze die IT-Infrastruktur und kritische Prozesse, reagiere auf Vorfälle und erhalte gleichzeitig die Produktivität deines Unternehmens. Erhalte nach einem einfachen Prozess von vier Schritten wertvolle Erkenntnisse und priorisierte Empfehlungen. Während der Analyse begleiten dich Telekom-Expertinnen und Experten und entwickeln abgestimmt auf die Bedürfnisse deines Unternehmens einen individuellen Aktionsplan, der kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen umfasst. Gestalte deine digitale Zukunft sicher. Melde dich jetzt an für einen umfassenden Überblick über den Sicherheitsstatus deines Unternehmens. Wenn du da, 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 wirst du da, wenn 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 du da,